Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Viel zu lange hat es gedauert, bis ich diese Bonus-Code-Auslosen gemacht habe. Normalerweise ist es am Anfang des Monats geplant, in dem Fall aber jetzt etwas später. Seht es mir bitte nach, es ist eine gerade etwas stressige Phase gewesen, aber nun ist es wieder soweit. Es gibt einen T127 und 850 Gold für einen Glücklichen meiner Abonnenten. Und da schauen wir nochmal, ich habe hier mal die Videos des Monats ausgesucht. Und hier seht ihr so eine kleine Übersicht von dem her, ich gehe mal mit der Maus random irgendwas drüber. Ich schaue auch gar nicht hin und bleibe hier stehen. Der World of Tanks FV304 war das Video. Das heißt, ich gehe da rein, mache hier mal Stop, nehme die ID, gehe auf Suado, dann Video-ID, zack, da rein. Hey, Caramba, hoffe mal, dass es diesmal geht. Single comment allowed und Number of Winners gibt es einen. Oh, nicht schon wieder. Suado und ich, wir sind keine so guten Freunde mehr, habe ich so das Gefühl. Ich kann leider auch kein Spanisch. Deswegen, wir laden einfach nochmal neu, weil ab und an gibt es ja da einfach auch wirklich nur Probleme mit Suado. Wirklich kurios, ansonsten machen wir es auf die alte, bekannte Art und Weise. Und zwar, ich scrolle einfach random durch. Es sind eh nicht so viele, die wir da kommentiert haben, also bleibe ich mal stehen. Und zwar bei Ludwig Holz. Hallo Ludwig, jetzt schauen wir mal, ob du auch wirklich mein Abonnent bist. Postkanäle. Ja, tatsächlich. Also Ludwig, dann kannst du in dein Postfach gehen. Da wirst du den Code finden an alle anderen. Ich wünsche euch beim nächsten Mal auf jeden Fall auch wieder toi, toi, toi und alles Glück der Welt. Von dem her, vielen Dank fürs Mittwoch. Auf jeden Fall Ludwig, wie gesagt, du hast in dein Postfach. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Alkarabba. Bis bald, euer Alkarabba. Bis bald, euer Alkarabba.